Ich bin ja mal gespannt, ob ihr hier mit dem Kroll rauskommt. Oh, hallo, hallo. Ein Jackpot. Ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schussbeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Okay. Das wäre nicht so gut. Oh, wie? Oh, shit. Die ist aber gut. Shit, na. Nice. Oh, shit. Ah, immer das Ende. Oh. Von hinten. So. So, na, das war ja gerade hier eine Schlittenfahrt. Okay. Okay. So, und hier stand ja gleich ein Dicker, wa? Haben wir ja gleich gesehen. Scheiße. Oh, die Sicht ist ja mal... Wow. Shit. Oh, hier muss er im Shop. Super, das ist natürlich geil. Logbuch des Verarbeitungsdecks. Supervisor 2nd Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was Sie mit... ...mit den Leichen machen. Was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmassen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infizit bin. Bitte sagen Sie Dawn... ...und den Kindern... ...was ich Sie liebe. Oh Gott. Noch eine. Noch eine. Oh, na die Eier musst du erst mal haben. Sie selbst amputieren, ey. Oh, nie. Das ist nicht schön. Denn... ...wo holen wir uns jetzt hier erst mal die Batterie. So. So, könnt ihr ja natürlich erst mal... ...bevor ich die hier rausrupfe. Schauen wir mal, wo dieser Last im Aufzug hingeht. Maybe it's a secret place. Und it's locked. Können kotzen. Scheiße. Klar, das wäre schön gewesen. Das hat meistens so... ...die Sachen führen die meistens so zu Fundorten irgendwie, wo man halt vielleicht noch irgendwas Coole finden könnte. ...den tragen wir jetzt erst mal schön noch rüber. Das wäre Licht. Das hört sich nicht, oder? Jetzt muss ich das Ganze aufladen. Plus, 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 plus. Das hört sich schon wirklich heftig an, was hinter der Tür sein könnte. Äh... Aber auch das Schlimmste. Okay, also hier ist wohl wahrscheinlich irgendwas Jens. Hier walte ich nicht. Noch irgendwo so ein Scheißvieh? Das hört sich irgendwie so an. Doch, doch. So, hier liegt jetzt recht in der Annahme, dass ich jetzt wahrscheinlich halt... Okay. Ähm... Ja, ich muss wohl wieder Starz aufladen. Ähm... Okay, also ich werde dann wahrscheinlich die Ringe justieren müssen. Aber das Problem ist, ich kann sie nicht... Wann müssen die Ringe ins Dase gesetzt werden? Das ist jetzt ein Scheiß-Balletenhof? Sind ich immer scheiß Ernst, oder? Die meschen mich doch da weg, die Teile. Ja, das ist, äh... Das ist nicht euer Ernst, oder? Wozu? Wozu sind die Kids hier auf diesem Astruinenhof springen? So, bitte. Jetzt bin ich hier drauf. Oh shit, okay. Alles klar. Das war's. Okay. Verstehe. Ich muss also eine Ladung anbringen. Ähm... Und die bringt ja ziemlich langsam an. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht ja schon mal geil aus. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Er hat nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Also zurück zur Brücke. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020